Hamburg, 14. Januar 2023, Nizza-App. Ich bin gespannt. Bis gleich. 19.37 Uhr, Markthalle. Und ich kann sehen. Dass ich hier noch eine Ticket gekriegt hab, ist schon unglaublich. Sie sind schon seit August ausverkauft. Ich bin gespannt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020